Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelah und schau dir wieder für euch in Battle4SR.Wix Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Mythic Plus Kisten Opening Ich habe letzte Woche wieder einen Key durchgebastelt Wir waren einen 18er Schrein des Sturms Haben wir noch ganz knapp in-timed mit einer Random Gruppe War eigentlich ganz nice Und vor allem, weil das eigentlich meiner Meinung nach eine der ätzendsten Indies ist Aber hat ganz gut geklappt und jetzt hoffe ich, dass ich diese Woche als Belohnung Jetzt schauen wir nochmal, ne Wildheit habe ich drin In meinem Motorrad auf 4,75 rausbekommen Also das Fernleitgerät, das hier auf 4,75, bitte? Oh nein, was habe ich da denn gekriegt? Irgend so ein Gürtel Was hat denn das hier? Mastery Crit Äh, warum? Also was ich auch noch nehmen würde, wären Hosen oder Schuhe mit den richtigen Stats Mit 5 Item Level mehr Das wäre auch noch ganz nice gewesen Aber einen Gürtel kann ich halt schon mal gar nicht brauchen Weil da habe ich schon einen ganz guten Ah, schade, schade, schade Es war mal wieder nix Aber was haben wir gekriegt? Echos von Nialothar haben wir 1800 bekommen Heißt, da kann ich jetzt nochmal einen Boost-Dran machen, ein bisschen Gold verdienen Und Titan-Resume, ja gut, was ich damit machen soll Weiß ich jetzt halt auch noch nicht so genau Aber uns fällt sicher noch was ein Und spätestens zu Ende von BFA wird das Zeug sicher wieder umgewandelt Gegen ein paar Gold oder Kupfer Da werden wir mal gucken Schade, war wieder mal nicht drin Ich werde die Woche wieder in der M Plus laufen Und dann hoffen wir, dass wir nächste Woche vielleicht endlich mal meinen Trinket bekommen Ähm, das war's dann soweit mit dem kleinen Opening Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt Außer wenn ihr das Motorrad gekriegt habt, dann will ich es gar nicht wissen Also, Eutela, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao